Da ist an der Berg gekommen und da sind wir rauf links und rechts an die Serpentinen entlang und an die ganzen vorbei. Die haben gar nicht gewusst, wo der Wind herkommt von unseren Schuhen. Wir haben keine Plastikflasche gehabt, das war Metall und das hatte unglaublich schwere Gewichte für einen Liter Wasser. Da haben zwei Männer geschleppt, die sind gleich unten geblieben. Wir haben ja keine Frauen dabei gehabt, da bist du an ein Mausloch hingegangen, hast dich eingedruckt und ausgedruckt und hinter dir haben sie zum Angebet geleitet. Der Hans, das ist ein ganzer Verrückter gesehen, der ist auf einen Berg hinauf und unter 15 Gipfeln hat der am Tag gemacht. Der ist auch so narrisch geblieben, der hat das Kreuz mitgenommen und geflucht beim Abstieg. Und dann ist der Wettereinbruch gekommen, wir haben noch zwei Stunden für die Hütte gehabt, da haben wir keinen isotonischen Riegel gehabt. Da haben wir das Gras gefressen, wie die ganzen und geschmeckt hat es nicht. Da sind wir ganz geraden und dann über das Gräuffeld und überschlagen hat es ein Hans und der Maus ganz blöd ist er gewesen. Und dann hat er gemeint, der war immer schon blöd. Aber, naja. Und dann sind wir in der Hütte, da haben wir aufgespielt. Es hat ja kein Techno-Game oder sowas. Es hat auch ein Akkordeon-Game und eine Gitarre und ein Gesang. Und dann sind wir oben gestanden und haben gesungen auf dem Gipfel. Herr, ich danke dir. Und keiner hat die zweite Zeile gewusst. Aber schön war es. Und gedankt haben wir bis zum Amt. Ja, der Hans mit seinem Rollator. Der kann quasi immer noch auf. Und wenn er es selber braucht, aber rauf muss er. Da hat es ja nichts gegeben. Wir sind mit dem Rucksack auf dem Buckel vom Dorf in der Früh los. Und sind gelaufen bis zum Amt. Und in der Nacht sind wir weiter mit den Stirnlampen. Und wenn wir dann in der Fußgängerzone in der Früh aufgewacht sind, das war schon blöd. An jeden hast du früher grüßt wie der Teufel. Du hast dann grüßt gut gesagt und hallo, wie geht's? An Italiener hast du nicht grüßt, aber der Rest war gut. Anwendungsgrüßt. Mit sch Farmes